Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich eine Rezension für euch und es geht um die Rezension von Schattentraum hinter der Finsternis von Mona Kasten. Ja, ich wollte die Rezension eigentlich schon vorher online stellen, aber habe es leider nicht geschafft. Und das Schönste an diesem Buch ist einfach, dass es signiert ist. Ich habe es mir nämlich auf der Frankfurter Buchmesse von der Autorin Mona Kasten signieren lassen und deswegen ist es jetzt richtig toll. Das macht mich total fröhlich. Ich bin richtig happy, dass ich da eine Unterschrift habe. Auf jeden Fall kommen wir jetzt mal zur Sache. Ja, heute habe ich diese Rezension für das Buch für euch und ja, in dem Buch geht es um Emma und Emma verliert leider ihre Mama. Und aufgrund dessen zieht ihr Vater dann mit ihr in eine andere Stadt zu ihrer Großmutter. Und ja, da ist dann natürlich alles total neu. Aber Emma ist total verschlossen seit dem Autounfall ihrer Mama, bei dem sie verunglückt ist. Möchte sie einfach keine an sich ranlassen. Sie möchte einfach für sich sein und sie kommt einfach mit der Trauer nicht klar. Die Trauer überwältigt sie einfach. Sie hat Albträume und Emma geht es eigentlich überhaupt nicht gut. Und dann zieht sie um in eine neue Stadt, lernt neue Leute kennen und es sind wirklich tolle Menschen dabei. Sie findet direkt eine tolle Freundin. Aber sie hat so ein kleines Problem damit, weil sie einfach nicht wirklich Menschen an sich ranlassen kann. Und zu allem Überfluss trifft sie dann auch den ziemlich unverschämten Gabriel, der sie beim ersten Treffen am Rennpüttel einfach am Boden liegen lässt. Was natürlich ziemlich unschön ist und daraufhin kann sie eigentlich erstmal überhaupt nicht leiden, weil sie sowas Unverschämtes einfach nicht leiden kann. Na ja, wer kann das schon? Und ja, aber dann verbringt sie halt so ein bisschen mehr Zeit mit Gabriel, weil irgendwie ist er öfter mal in ihrer Nähe. Und sie entdeckt so einige Eigenarten an ihm, denen sie auf den Grund gehen möchte. Und außerdem sind da auch noch so komische Albträume, die sie plagen. Ja, was es damit alles auf sich hat, das müsst ihr natürlich selber lesen. Das war jetzt so eine kurze, grobe, natürlich mal wieder total durcheinandergebrachte Zusammenfassung, wie immer bei mir. Aber ja, wie fand ich das Buch? Ich fand das Buch wirklich sehr, sehr gut. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir zwar gedacht, dass es gut sein würde, das Buch, aber ich habe nicht gedacht, dass es mir so gut gefallen wird. Und ich fand die Geschichte dahinter einfach wirklich total schön. Es war so, es war einfach total leicht zu lesen. Der Schreibstil von Mona, ich finde ihn total locker leicht. Man versteht alles total. Es ist alles sehr verständlich geschrieben. Man liest nämlich öfter mal Bücher, in denen da was geschrieben wird. Und man versteht dann in dem Moment gar nicht, was da passiert oder beziehungsweise, dass es passiert ist. Und hier fand ich das überhaupt nicht so. Es war eigentlich alles ziemlich locker. Und es konnte wirklich jeder super verstehen. Auch junge Leser können das sehr, sehr gut lesen und alles nachvollziehen. Die Geschichte hinter dem Buch hat mir auch sehr gut gefallen. Die Protagonisten gefielen mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ja, Emma fand ich manchmal ein ganz kleines bisschen komisch, aber auch nur manchmal. Ansonsten fand ich sie super. Auch Gabriel, den fand ich total cool. Und natürlich auch die ganzen anderen Protagonisten haben mir sehr, sehr gut gefallen. Also das kann ich wirklich sagen. Die Protagonisten waren sehr gut. Auch die Geschichte, auch das Ende. Also beim Ende, muss ich sagen, fand ich es ein bisschen doof. Also es war jetzt nicht schrecklich doof, aber es war einfach so doof, doof. Wisst ihr, was ich meine? Ne, ihr wisst wahrscheinlich nicht, was ich meine. Egal. Es war einfach so. Das Ende war einfach so. Ja, ich weiß nicht. Es war so ein bisschen traurig. Und ich wollte... Ich mag keine traurigen Ende. Also es war jetzt kein richtig trauriges Buch. Also denkt das nicht. Ich möchte auch nicht spoilern. Deswegen kann ich euch nichts verraten. Auf jeden Fall, ich fand das Buch sehr gut. Ich werde den zweiten auf jeden Fall auch lesen. Denn ich bin wirklich gespannt. Ich habe von vielen gehört, dass der zweite sogar noch besser sein soll als der erste. Und deswegen möchte ich definitiv wissen, was die liebe Mona da in ihrem zweiten Teil so geschaffen hat. Und ich bin wirklich sehr gespannt. Ich gebe dem Buch vier Punkte. Einfach aus dem Grund, weil ich denke, dass das Buch noch besser werden kann. Dass da noch ein bisschen mehr Spannung reinkommen kann. Und dass die Protagonisten einfach noch mehr ihren coolen Charakter zeigen können. Ich denke, dass Mona da ziemlich viel noch... Also sie hat wirklich ein super Buch gemacht. Und dafür, dass es ihr erstes Buch ist, wirklich ein Top-Buch. Finde ich total super. Ich glaube, viele andere Autoren schaffen das beim ersten Mal vielleicht nicht so ein gutes Buch zu schreiben. Es gefällt mir wirklich total gut. Aber ich denke, dass sie da wirklich noch mehr reinhauen kann. Dass sie da noch ein Ticken besser werden kann. Und deswegen gebe ich dem Buch keine fünf Punkte. Ich gebe ihm vier. Einfach, weil ich denke, dass der zweite mich noch mal ein bisschen mehr von den Socken hauen kann. Also das hoffe ich jedenfalls. Und einfach aus dem Grund, ich denke jedenfalls, dass sie die Charaktere noch ein bisschen mehr ausbauen kann. Und dass sie der Geschichte noch mehr Pfiff verleihen kann. Aber allemal fand ich das Buch wirklich sehr gut. Ich kann es euch wirklich ans Herz legen. Ich kann euch das Buch total empfehlen. Wer so ein bisschen auf Romantasy, also so Liebe, also so Fantasy mit Romantik steht, für den ist das Buch auf jeden Fall total was. Und wer Mona mag, denke ich, wird dieses Buch auch mögen. Es ist wirklich eine totale Empfehlung von mir. Ich kann euch das Buch sehr empfehlen. Es gefällt mir total gut. Und ich werde den zweiten Band auch definitiv lesen. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Viel mehr gibt es da gar nichts zu zu sagen. Ich fand das Buch wirklich sehr gut. Der Schreibstil hat mir gefallen. Die Geschichte hat mir gefallen. Und ich denke, das ist schon mal sehr wichtig. Insgesamt kriegt das Buch von mir, wie gesagt, vier Punkte. Aber dann würde ich auch schon sagen, beenden wir das Video an dieser Stelle. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das Buch schon gelesen habt und wie ihr das findet. Und ob ihr vielleicht schon den zweiten Band gelesen habt und ob er besser ist, eurer Meinung nach. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei meinem nächsten Video. Tschüss!